Wir gehen Richtung Westen, du kannst Richtung Westen. Wir wohnen nach dem Weg Richtung Westen. Ja, der nächste ist 39. Wir gehen natürlich auch Richtung Westen. Westen. Also Richtung Westen. Du bist verwundet. Wie geil hier. Alle, alle irgendwie. Mit dem Popcorn sitzt. Und wir gucken, wie die abdacht hier. Eyo, du bist verwundet. Nehmt ihr eine Mainz hier oder sowas mit. Ich hab zwei Panzer, weil es eine gewaltende Ruhe hat. Das wird reichen. Oh. Alles. Alles. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ein Funker oder ein Tropf. Wollen wir den Mund schauen. Äh, Markus, ein bisschen östlich hinter dir kommen Gegner rein. Musste mal ein bisschen warten. Lieg, ist frei Ist wieder schlecht hier Jetzt kommt er natürlich nicht mal zurück, ne? Spawn mal bei Barnes, ich glaub ein Boss einer wollte nicht drauf reinkommen Ist das deutsch? Also ich hab das deutsch ist, sieht so aus Lieg vor dir aufm Feld, ja Ist das deutsch? Das war nicht deutsch Spawn bei Barnes Barnes Barnes, auch das gleiche Servus Moin Hallo Okay Gibt's mir Mein Sport ist relativ klein und wir wollen drin fest 20 verteidigen mit meinem Sport Hinlegen ist immer super nett von denen Wer kommt da alle von Ach du orgelst da durch? Ja ja Okay, ich schiesse in den Arsch Oh alter da ist er Ja, Karabiner Achtung Achtung, Funker voraus Kam gerade noch einer entgegen Achtung Achtung Oh Gott Bald nach außen Ja Direkt getroffen ey und weg Geschichte Aua Hab mir schön wie getan Der steht da richtig gut Ja Bisschen weiter südlich hier und ist auch viel Kontakt Oh 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 Nein Oh Danke Das war schnelle Hilfe Ich glaub unser Panther ist gleich fällig wenn er nicht aufpasst Ja Muss er Bescheid sagen Oh da ist der Kommandant draußen Echt? Hab drüber Hab ihn, hab ihn Ach sauber Hab drüber Ja Ich lüg doch nicht Da hinten seh ich was komisches sich bewegen Da seh ich nur ein Stück das nicht richtig rennt hat Das ist ein zweiter Panzer der fuhr da eben Am Hügelkamm ne? Ja Ja das war der zweite Panzer Du dich Jetzt Ein Blick Richtung Feindbewegung Hallo Infanterie Hallo Hallo Das war der Infanterie von mir Das waren keine 300 Meter Äh wir spielen Das ist ja kein Rass das da ne? Ne das ist offensiv Ganz normal Der kam aus der Richtung wo der Infanterie magge gesetzt ist Wenn man hier Rass spielen will muss man doch echt selbstmordgefährdet sein Boah weiß ich nicht Na doch hier Rass zu spielen geht gar nicht Willst du mit den Autos zu lang fahren? Ja stimmt Das MSB wird von Norden angegriffen Da steht auch ein zweiter Panzer auf dem Feld Das ist ne Hellcate oder sowas Geht nochmal zwei Leute mit dem Schieß welcher Richtung mit Das ist auch viel verschwächender Da ist auch ne FOP oder sowas markiert Ich bin gespawnt am MSB Ich bin gespawnt am MSB Ja und Ich bin immer fällig Ich bin immer fällig Ah Ich bin immer fällig Danke Ja Richtung Punkt Scharfschütze hier Schiegt dieses Feld Mit Ausnahme vom Pionier Der guckt bitte mal Richtung Spot 1 Wer hat hier gerade ausgeliehen von ihm? Ja ist gut Hey wake up Du bist belast Du bist belast Massiv kapiert in West bis Südwest Ja ok Hab einen erwischt da am Stein Da könnte noch einer hinterm Stein sein Links läuft einer Links vom Stein oder was? Zeig Zum Stein rüber komm Die laufen nämlich das Kreuz Das ist mal das MSB Oh oh Sherman Nicht weiter vor Nicht aufs Feld Da ist ne Sherman Deckung hier in der Senke Äh Truppführer Wenn wir jetzt übers Feld gehen sollten Direkt westlich von uns Steht ne Sherman Guckt hier in die Richtung Das könnte übel ausgehen Äh bei mir Circa 5 in Süden Da ist irgendein Panzer Im Süden Das ist äh Das Frontlead Willst du jetzt noch einen Rallye dort setzen oder was? Ich glaub den Punkt können wir vergessen Der ist schnell durch Ich glaube dass wir da sind Also wenn setze ich das Rallye noch weiter vorne Aber ich vermute mal Dass sie das bis dahin erledigt hat Ich bin jetzt nicht schon gespannt Ja die pushen schon wieder raus Also wir haben den Weg gleich Ich bin tot Ja der Punkt ist durch Also bevor sie uns den Zugang verweigern Schnell Richtung zum nächsten Punkt Schirme kommt zurück Wer mit dem Karabiner gut ist Äh versucht die bei dem Abbrücken von Barnes zu hindern Mach ich Ich schaffs eh nicht mehr zurück Wenn ich auch steh bin ich tot Coole Auszeigung Mit dem Karabiner gut ist Scorted ich versuche kurz einen Pfeifen Was? Wir bekommen einen zweiten Panzer Aus derselben Richtung Ca. 805 kommt ein Squad rein West nach Hause Ja die kommen schon in den Wald rein Genau Also hier erstmal Stellung beziehen Einer mich hochheben Und dann versuchen wir erstmal Ich habe hier Ich sehe keinen Absender Also es wird eine gefährliche Sache Vom Norden Ich bin jetzt das eine Bleib bei mir Ja Ja ich sehe es Danke Okay Panzer Trupp Ich halte rein was ich kann Vielleicht kriegen wir Gruni noch hochgeholt Sieht gut aus Ja ich sehe es Danke für die Hilfe Gotti ich komme mal zu dir Wir können die ja ein bisschen abfangen Wenn die zu uns Ja ich hoffe Ich hoffe Rally hot Von Nordwesten stirbt grad ein Trupp rein Zwei Leute haben es schon in die Klamer geschafft Ja nicht unter drauf Was kriegen jetzt von hinten welche rein Nutella Ja von Süden kommt grad nachts Ich weiß nicht ob es natürlich nicht zu spät ist Nass du wait Du bist so da ja Von Süden kommt jetzt das ganze Squad hoch Ja gut dann versuch er zu verteidigen Ne Die haben in der Scheune den besten Punkt, haben die auf jeden Fall ihre Spawn-Möglichkeit. Es ist leider zu spät dafür gekommen, wir hätten dann nochmal links, das Westlicht, das Ganze umgehen können und dann die Scheune nehmen. Mein Fehler. Ja, 30 Schuss gehen schnell durch, du Arschloch, ha? MSP, komm. Ja, das war dann 60 Schuss. Einer sitzt im MSP drin. Na ja, Mann. Alle mit Profis. Göttlich sind die schon fast enthübt. Ein Panzer ist tot, ein Gegnerpanzer, schon ganz gut. Ja, ich kann mir um klar nichts machen. Da sitzt einer im MSP drin. Da sitzen sie meistens. Hab ihn, er ist tot. Wait, hast du das Gute aufgehalten oder sind die noch auf dem Weg? Ich hab vier Weg, da kommen sie aber wieder. Also die haben irgendwo ein Rallye im Wald. Ja, Funker, wir gehen heute genau westlich, setzen da und da werden hier auf den Moll, ob wir den AV-Drücken fangen können. Verstanden. So, der Rest auf den Punkt, oder? Oh Gott, den von links beschuss. Der Funker, der bei... Quatsch, der Sani, der bei einem Funker ist, der kommt auch noch hier mit. Der Rest auf den Punkt. Und Vail, du, aber das ist uns entgegen. MSP ist down, die haben uns, glaube ich, gerade gesprengt. Ja, war klar. Ich will euch gar nix machen. Oh shit. Die stürmen mich hier wieder. Ja, die haben mich, die kommen jetzt aus Südwesten, ein ganzer Trupp übers Feld. Das wird aber ein wilder Rallye hier oben. Mit Y? Ne, leider mit Garant. Oben an der Wald. Ab ihn. Danke. Ja, du musst schon selber drücken, weil ich blute ziemlich stark, sonst bin ich weg. Ich hoffe, du hast noch leben, falls es nicht klappt. Ja, doch, passt. Alles gut. Oh, ähm. Ja, wie gesagt, Rallye ist okay. Ja, viel gut, ne? Wieso noch den Weid freiräumen? Das Rächtchen vor uns wird sicherlich heiß sein. Da war ich eben drin. Das war da, wo die mich gestürmt haben. Da sind sie, hunderte. Oh Gott. Vorsicht, direkt auch wieder bei mir. Südöstlich von euch. Das Rallye. Gerade ist drauf. Weg, weg vom Rallye. Ja, ich... Danke. Ich habe meine Schuhe, halt. Ich habe meine Schuhe. Gani, rechts hinter dir, muss jemand durch den Wald springen. Pass auf, der kommt auf unseren Rallye zu. Wir haben nörglich von uns auf dem Feld. Jetzt haben wir die Massen laufen. Danke. Ich habe ihn erwischt. Das Problem ist, wir können die nicht im Links umgehen, weil da irgendwo weiter noch weiter weg der Panzer steht, um im MGM einzuführen. Das heißt, wir haben nur die Chance, auf Farms direkt zu gehen. Die waren in Norden, der ist ja nicht. Die sind knappe, Punkte, Interest 14. Das ist richtig. Der Sturm... Oh nein. Ich bin jetzt bei Punkt 34, ich sehe Geilen gerade im Wald. Verstanden. 6. Kommanden haben wir noch. Schüss. Hau mal im Osten, auf Freund und Intereste. 14. Zwischen 35 und 14. Ich bin vom FOP-Marker. Ein bisschen Art hier. Nein, dann war sie hier vorn. Ich glaube, die stürmen jetzt den Punkt, Nutella. In den Gebäuden. Bleibt nicht in der Waldkante stehen, versucht rüberzurennen, nutzt Smoke. Ich hole dich gleich im G, wenn du noch zu retten bist. Südöstlich, Nutella, südöstlich kommen sie. Äh, Jungs, die kommen aus dem Südosten. Direkte in Deckung hier. Ich lege hinter dir. Angenehm, Mann. Die kommen jetzt auch südlich vom Rallye hoch. Wir müssen eins drüber. Wir müssen den Punkt beteiligen. Versuch drüber zu kommen, mit Smoke. Reportet, kannst du mich holen? Was? Lass mich holen, sie liegt vor dir. Positionsrelli ist gleich heiß. Na ja, genau in die Richtung. Okay. Traded. Das war's für heute.